Jo Leute was geht? Let's go! Heute werden wir auf Samara und Capital Bra Zombie reagieren. Ja, viele von euch haben mir tatsächlich auf Instagram geschrieben. Ich soll mir diesen Zug abchecken. Tatsächlich habe ich ihn noch nicht gesehen. Und ich bin ein bisschen... Ihr seht gut gelaunt. Ich habe ja gesagt, dass ich entweder heute oder morgen anfangen werde zu streamen. Wieder diesen täglichen Streams zu machen. Geht leider heute leider nicht. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht so böse. Aber ich habe da so eine kleine Verabredung. Ich probiere nach der Verabredung... Ich sage es euch vielleicht im Livestream, wenn ich heute noch einen machen werde. Vielleicht kommt der Livestream 21 Uhr und 21 Uhr 30. Ja, also heute wird zwar einer stattfinden. Bitte nehmt mir aber das nicht so böse, wenn ich ein bisschen zu spät bin. Ich weiß nicht, warum ich vorher gesagt habe. Es kommt keiner. Egal, vergesst das. Es kommt einer. Ich habe nämlich Bock. Aber ich habe eine kleine Verabredung. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Lied. Ja? So. Ich habe es noch nicht gehört. Auch bei Kollegen, die mir das zeigen wollten. Ich habe instant gesagt, nee, ich möchte es mir nicht anhören. Denn ich möchte es mir selber anhören. Ich möchte für diese Reaktion aufheben. Und dann würde ich sagen, let's go! Ja, Juventus! Was mich auch viele gefragt haben, was ist so momentan dein Lieblingslied von Capital Bra? Ähm, ist tatsächlich Tiledin, ja? Das ist tatsächlich so mein Lieblingslied von Capital Bra. Samra höre ich jetzt nicht oft. Aber wenn Kollegen bei mir zu Besuch sind, hören wir sehr, sehr viele Lieder von ihm. Aber wie gesagt, ich kann die Lieder meistens gar nicht auswendig vom Namen her. Aber Tiledin, das höre ich momentan wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Von dem her, ich hoffe, eure Frage ist damit beantwortet. Aber, let's go! Oh! Oh! Ich hab mir das so rüber oder ist in meinem Kopfhörer ganz wieder gut geworden wegen dieser Mucke. Boah! Was ist das für ein Lieblingslied? Boah! Sorry, wir müssen da nochmal zurückspulen. Und wir genießen's zusammen noch einmal. Bye! Oh! Oh, ich hab Gänsehaut. Also ganz ehrlich, das ist so, was es bei mir ausmacht. Sorry. Und zwar, wenn so Lieder halt so easy sind und dann kommt so ein Bam und dann kommt so der Flash-Effekt. Ich hab grad wirklich Gänsehaut. Jetzt. Locations sind auch sehr, sehr geil. Ich vermute, das wird morgens aufgenommen. Sehr, sehr früh morgens oder ja. Wahrscheinlich sehr, sehr früh morgens. Weil Lichter brennen jetzt noch nicht so viel. Aber geile Locations bis jetzt. Geile Locations. Jetzt kommt wahrscheinlich Kappi. Dein Sohn ist ein Junkie. Junkie, Junkie. Erst Cem, Cem und dann Darby. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. Fynn! 24 siegen wir in Kombi. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Junkie, Junkie. Erst Cem, Cem und dann Darby. Ja, Kappi fängt jetzt an. Also, Samra hat einen sehr, sehr guten Anfang gemacht. Boah! Wir fingen alles an. Lautes Schreien, ein paar Tränen. Ich sie Mama beten und Papa gehen. Sie wollen uns fallen sehen, doch ich halte dagegen. Überfall bei Leben flüchten durch den kalten Regen. Keine Kassetten raus, Geld zählen im Treppenhaus. Mensch, das ist ein Drucker und ich wette draus. Und ich weiß, sie wollen uns da oben nicht. Wir sind die Unterschicht. Fick die Oberschicht. Wenn ich mir einen fetten Bau, Baby, meine Welt ist grau. Ich schulde schab. Im Lamborghini... Alter! Kappi kann schon leer. Tschüss! Fettenbaus. Baby, meine Welt ist grau. Ich schulde schab. Im Lamborghini, Baby, blau. Und wir fahren, wir fahren. Ich weiß nicht, wohin genau. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. Wir faszinieren wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Junkie, Junkie. Erst Schem, Schem und dann Darbe. Ja, Mann. Krasser Song. Bitte kommt noch was, komm. Ah, nee. Aber es wird wahrscheinlich nichts kommen. Boah, Mann. Alter, war das krass. Also ganz ehrlich, wo haben wir den Anfang? Hier? Ja! Das hat mich richtig weggeflasht. Also der Teil hier, ja. Boah! Mann! Krasser Song. Also ganz ehrlich, früher hatte ich Deutschrap überhaupt nicht gerne. Jetzt höre ich das nur noch. Klar, früher hat man so Trapbeats gehört. Ja, also ich zumindest, als ich neun oder so war. Und das ist ja seit 14, 15 Jahren, hatte ich mal das erste Mal Deutschrap angehört. Und jetzt feiere ich es einfach ab. Klar, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, nee, ist nicht so mein Ding. Kann natürlich auch jeder selber entscheiden. Ich finde, es ist ein Song richtig, richtig gut produziert. Äh, und, 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 und. Aber, ja. Ich würde sagen, wir machen die Abboards mit diesem Drop nochmal. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, und wenn es euch gefallen hat, würdet ihr gerne auch bei mir ein Abo, Like und das Video teilen. Plus noch einen Kommentar dazu schreiben. Würde mich natürlich alles unterstützen. Ich würde sagen, Road to 10k, oder? Eher gut, nee. Road to 3k. Und haut rein. Habt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns heute. Peace, peace.